Hallo zusammen, ich bin Jonas. Ich bin Konstrukteur im dritten Lehrjahr hier bei der WK AG. Heute möchte ich euch gerne noch etwas mehr von dieser Firma zeigen. Kommen Sie doch mal mit! Unsere Produkte werden nach den Wünschen und Anforderungen von unserem Kunden zusammengestellt. Als Konstrukteur arbeitest du sehr eng mit unserer Fertigung zusammen. Er kann sich das Produkt von Ideen bis zur Fertigung begleiten und die einzelnen Schritte durchlaufen. Wie der WK AG gefällt mir die enge Zusammenarbeit und das Arbeitsklima. Bei uns sind wir alle sehr hilfsbereit und unterstützen uns gegenseitig bei unserer Ausbildung. Im Werkstoffpraktikum kannst du unsere Abteilungen kennenlernen und die verschiedenen Fertigungsprozesse. Als Konstrukteur sollte man Freude an Technik haben und ausserdem ein gutes, römliches Vorstellungsvermögen haben. Ausserdem ist es gut, wenn man kreativ ist und seine eigenen Ideen mit einbringen kann. So, jetzt haben wir etwas mehr von der WK AG gesehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ja eure Bewerbung schicken.